Viele von euch haben durch eins meiner Videos oder durch ein anderes Video einen Kopfhörer gekauft, anstatt ein Gaming Headset oder einfach zum Musikhör Kopfhörer gekauft, weil warum nicht? Und es kann auch gut sein, dass ihr einen Kopfhörer mit einer hohen Impedanz gekauft habt, beispielsweise 250 Ohm oder irgendwas planarmagnetisches mit einer geringen Empfindlichkeit und euch ist aufgefallen, der ist viel zu leise. An meiner Onboard-Soundkarte zu leise, an meinem Asus Xona U3 externen Soundkarte zu leise und was mache ich jetzt dagegen? Wie kann ich den Kopfhörer lauter machen und dabei vielleicht auch noch bestimmte Frequenzbereiche mehr betonen, besser klingen lassen, mehr hervorheben? Heute ist die Antwort der Fio E10K Olympus 2, Kopfhörerverstärker und DAC, also Digital Analog Converter. Das Teil kommt in dieser kleinen Verpackung hier. Rückseite sieht aus wie komplett auf Japanisch, ich verstehe nichts von der Sprache, ich kann jetzt nicht unterscheiden, ob das Japanisch oder Chinesisch ist, aber kommt auf jeden Fall aus Asien. Verpackung ist sehr hochwertig, fühlt sich schön an. Hier ist irgendwie ein kleines Label, was ich wahrscheinlich nicht zeigen sollte, irgendwie Authenticity Zertifikat. Und wenn wir das Ding mal aufmachen, das kostet übrigens knapp 80 Euro auf Amazon gerade, aber das ist das Geld meiner Meinung nach wirklich wert. sehen wir nichts, denn ich habe alles schon rausgenommen, weil ich das Gerät über die letzten Wochen ausführlich getestet habe. Was war hier drin? Hier drin war ein USB-Kabel. Was war hier drin? Hier drin war der Fio an sich drin. Hier drin ist nichts. Da drin doch, da ist noch was. Nein, doch. Ah, genau. Hier drin sind kleine Gummifüße. Die sind dafür da, dass man die eben unten an dem Gerät befestigen kann. Die kleben halt auf der Rückseite, die machen wir unten an dem Gerät fest und dann rutscht es nicht auf dem Tisch hin und her. Sonst ist hier nicht viel dabei. Was haben wir hier drin? Das ist eine Authentic Checking, also zum gucken, ob man kein Fake-Gerät erwischt hat und eine Bedienungsanleitung, die wir ja nicht brauchen, weil wir ja nicht blöd sind und nicht aus dem 20. Jahrhundert kommen. So, Verpackung erstmal weg. Das eigentliche Gerät an sich sehen wir hier. Es ist winzig klein. Also ich habe es vorher nur auf Produktbildern gesehen und mein erster Eindruck war, holy shit, das ist klein. Steht natürlich wieder hinten was auf Japanisch drauf, aber ich denke mal, das wird einfach nur die Übersetzung von USB-DAC-Headphone-Amp sein. Wirklich zuerst total überrascht. Das Gerät ist super klein. Total hochwertig. Also ich weiß nicht, ob man das hört. Ich muss das Ding jetzt vor das Mikrofon tun. Ist es halt ein Alu-Gehäuse oder irgendein anderes Metall. Sieht aber aus wie gebürstetes Aluminium. Fühlt sich wertig an, ist dabei aber nicht zu schwer. Also nicht so massiv, aber schon etwas massiv. Vorne haben wir, ich zoome mal ran, vorne haben wir einen 3,5mm Klinkenbuchse hier. Dann haben wir eben Bassboost-On-Offschalter. Oh, Fokus. Der ist schon, also der hebt die Bässe wirklich stark an. Also ohne den Bassboost mit dem SHP9500 von Philips klingt der Kopfhörer flach, also einigermaßen flach, so wie er so sonst klingt. Mit dem Bassboost, ja ich habe mir jetzt schon einen hier, klingt der schon fast in die Richtung des DT-99, der ja bekanntermaßen ziemlich satten Bass, aber auch dafür schrille Höhen hat. Hier ist ein analoger Lautstärkeregler. Da können wir drehen, drehen, drehen bis zu 9. Also nee, 8. Fängt bei 0 an, geht hoch bis 8. Und wir haben hier einen schönen Klick. Also der rastet, Fokus, der rastet wirklich auch ein, wenn man den dreht. Damit man sicher weiß, dass er auch aus ist. Dann sieht man halt auch, hier kommt eine kleine LED, wenn man den anmacht. Ich will den jetzt ungern anstecken, weil er mir sonst die Aufnahmespur zerschießt. Hinten haben wir halt eben einen Koaxial-Out. Also falls man irgendwie einen Lautsprecher-Paar da drin anschließen will, haben wir auch einen Line-Out. Und hier hinten ist eben was relativ Wichtiges. Das ist ein Low-High-Gain-Switch. Das heißt für Kopfhörer, High-Low-Fokus, für Kopfhörer mit geringer Impedanz lassen wir das auf Low. Für Kopfhörer mit hoher Impedanz stellen wir es auf High. Dann kriegen die auch mehr Power in den Kopfhörer rein. Alles und allem, ich habe das Teil jetzt, Fokus. Ich habe das Teil jetzt bestimmt anderthalb Wochen gehört, benutzt einfach jeden Tag zum Musikhören, zum Reden in Skype. Und ich bin absolut überrascht. Also ich habe meine Kopfhörer vorher an der Xona DGX betrieben oder an meinem Steinbeck UR22 Audio Interface oder am Kopfhörerausgang von meinem Onkyo TX-NR515-AVR-Receiver. Und der Fio schlägt die alle in Dreck. Also meiner Meinung nach. Ich finde, besonders in verschiedensten Musikrichtungen, das kleine Teil hier, das haut jegliche Geräte dadurch in Dreck, dass einfach viel mehr verschiedene Frequenzbereiche angehoben werden und einfach klarer klingen. Stimmen klingen klarer. Hört ihr viel Oldschool-Hip-Hop, hört ihr viel Gesang, Klassik vielleicht auch sogar, der eben viel Wert auf Vocals legt, dann hebt das schön die Vocals hervor. Die hört man, die sind klar, die sind klar differenzierbar vom Rest des Klangs. Hört ihr viel Elektro-Hauskram mit viel Bass, macht den Bassboost an. Das wummert dann ordentlich. Das klingt super, vorausgesetzt, ihr habt im Kopfhörer, ich würde das auch nicht mit Beats nutzen. Also Beats noch mehr Bass zu geben ist, was weiß ich, noch ein See mit mehr Wasser zu füllen. Das war ein schlechter Vergleich, aber man will ja nicht noch Öl ins Feuer gießen, weil die Beats, die klingen ja eh schon Schrott. Aber für Kopfhörer, denen vielleicht auch ein bisschen Bass fehlt, gerade dem SHP9500, der ist ein bisschen Bass-Light, da schalten wir den Bassboost an und der klingt tausendmal besser. Hinten eben auch die Funktionalitäten, um weitere Sachen anzuschließen. Es wird mit einem Micro-B-USB angeschlossen, also ganz normal, wie man auch von Smartphones kennt, Kabel wird mitgeliefert, ganz normal, stecken wir hier rein, geht vorne, wenn man es anmacht, die kleine LED an und ich bin absolut überrascht hier von dem Gerät. Nur ein 3,5 mm Klinkeanschluss, kein 6,3 mm Klinkeanschluss, was ich ein bisschen blöd finde, da ich 6,3 mm Klinke einfach besser finde. Der Stecker an sich ist so viel robuster als so ein kleiner 3,5. Der ziehst du einmal zu fest dran, das Ding reißt dir in der Buchse direkt raus, bricht ab, aber na gut, die meisten Kopfhörer heutzutage kommen ja standardmäßig eh mit 3,5 mm und werden einfach über sowas hier an 6,3 mm adaptiert. Steckt mal einfach rein, passt hier natürlich nicht. Dafür passt ein 3,5 mm problemlos rein. Und mein Fazit von dem Gerät ist wirklich 82 Euro, okay, das ist eine Summe. Das ist auf jeden Fall eine Summe. Da muss man sich wirklich überlegen, ist einem das wert? Wenn euch das wirklich wert ist, kaufen. Also es gibt verschiedene Kopfhörer-Verstärker in dem Preisbereich, aber das Problem an den meisten ist, die haben halt kein DAG integriert, also kein Digital Analog Converter. Da, wenn ihr da zum Beispiel nur eine richtig billige Soundkarte habt, da könnte schon was verloren gehen. Da das Ding halt beides kombiniert, beides natürlich nicht auf Ultra High End Niveau. Es gibt DAX für 500 Euro, es gibt Kopfhörer-Verstärker für 500 Euro. Das ist dann wieder, das steigt nicht mehr linear, sondern exponentiell und das ist dann, das ist wirklich Meckern auf höchstem Niveau, dann sich diese Sachen anzugucken. Aber alles und allem, wer auf der Suche danach ist, einfach so ein bisschen mehr noch aus seinem Kopfhörer rauszukitzeln und mal gerade 80 Euro hat, die er für irgendwas ausgeben kann, die er investieren kann in sein Hobby Audio, was in meinem Fall überhaupt kein Problem ist, denn jetzt erst recht, nachdem ich das Teil hier stehen habe, bin ich so überzeugt, dass ich das eigentlich ungern vermissen würde. Der sollte sich das wirklich mal überlegen. Man kann es auch einfach bestellen, testen, zurückschicken, wenn es einem nicht gefällt oder nicht ausrecht oder der Unterschied nicht groß genug ist. Aber meine Empfehlung hat das Gerät auf jeden Fall. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr wie immer einen Daumen, naja, zu weit rangezoomen, einen Daumen nach oben geben, favorisieren, geht das überhaupt noch im modernen YouTube? Ich glaube schon. Abonnieren, wenn ihr meinen Content gerne sehen möchtet. Es wird demnächst wahrscheinlich auch ein Video zu einem neuen Kopfhörer kommen. Es wird ein Video zu anderen Kopfhörerverstärkern kommen und eventuell auch einem Earhanging Mic, also so ein Mikrofon, was zum Beispiel Fernsehmoderatoren und sowas haben. Das wollte ich auch mal anschauen. Dann könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen. Da würde ich mich auch sehr darüber freuen. Und unten in der Beschreibung findet ihr zu diesem Gerät hier einen Link. Das ist ein Revlink. Das sage ich jetzt sofort. Ihr müsst darüber nicht kaufen. Ihr unterstützt mich ein kleines bisschen dadurch, dass ihr darüber kauft. Aber euch zwingt keiner dazu. Also wenn ihr sagt, okay, der Typ ist cool, ich möchte ihn ein bisschen unterstützen, ein bisschen helfen, dabei weitere Videos zu produzieren, dann könnt ihr gerne darüber kaufen, könnt ihr gerne an eure Freunde weitergeben. Aber ich zwinge euch nicht dazu. Das ist euch völlig überlassen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wie immer, bis zum nächsten Mal und tschüss.